Dieses zum Kauf angebotene Einfamilienhaus wird in Viersen erbaut. Voraussichtlich 2015 wird dieses Gebäude erbaut. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 472 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 110 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 248.600 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020